hallo und herzlich willkommen bei johnny's on play leute hier bei miscreated mit euren pnl und euer polter ja seit letzter folge wisst ihr ja wurde eiskalt umgebracht jetzt zeige ich euch mal was kommt man mit leute hier da ist einer der wichser mit einem lila oberteil meinte pnl pascal gestern war einer auf jeden fall von den dreien mit lila t-shirt unterwegs johnny wir müssen wenn das wirklich einer derer ist ne ja müssen wir weg ja lass uns raus wo soll wir ihn hin hat der rex brauchen wir die weiß ich nicht ich nehme immer die bandagen mit immer mit oder soll ich mitnehmen mir ist egal ich musste eh noch sachen geben in einer player is to close das heißt weil du in der nahe bist so jetzt ich hab schritte gehört ich hab schritte gehört die andere schritte von 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 hier da so ich gebe dir jetzt erstmal sachen um hast du viel platz jahre man kann keine helligkeiten späne kannst du kann man kann keine helligkeit ändern ändern da steppst du kommst du kommst du kommst hallo 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 ich bin ganz nett lass mich in ruhe du hast uns erschrocken du hast uns so erschreckt man ich hab ein t-shirt mein t-shirt ist meine waffel alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut schesse wir sind selber engst mit hieschen glaub mal wie bitte ich sag wir sind selber engst mit hieschen ich sag wir sind selber engst mit hieschen ja ist doch echt dunkel hier ja der zeitler dieses scheiß dunklen gedöns das ist echt kacke brauchst du denn irgendwas zu trinken wie bitte brauchst du was zu trinken zu trinken mäßig nee ich hab alles danke hier hat gerade einer in den chat geschrieben man waiting please oh na vorhin kam hier auch andere spielereien warst du das zufällig ne also ich kam hier gerade reingelaufen ja hier war noch komm mal mit hier der hier mit dem lila t-shirt t-shirt gehört der zu dir nicht zu dir nicht äh was also du kommst ein bisschen abgehoben ich sag gehört der zu dir zu dir ich bin alleine achso achso ich hab dich mal geheilt hab ich dich angeschossen ja hast du ja ich hab nur noch 59 leben oh sorry ich hab dich ich hab dich bisschen bandagiert kein problem das war wirklich so ne gestion weißt du so oha da kommt einer so gleich schießen schießen ja ich wurde gerade umgebracht beim airfield unten also ist airfield viel los frag ihn mal ist da viel los sind da hält die nö eigentlich nicht so der nachmittag hatten wir da so ein bisschen krach aber oh der kennt sich ja aus ich glaub seine freunde war hat mich irgendwo irgendwo ja 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 seine freunde wir müssen mal weiter gehen sonst ja wir wollen auf jeden fall weiter gehen ja wir wollen auf jeden fall weiter gehen irgendwo noch hin wo wir noch nicht waren wir waren hier in der stadt eigentlich schon ziemlich schon erwähnlich also wollen wir weiter ziehen irgendwo hin aber airfield haben wir noch nicht wo kann man denn am besten hin am besten hin ähm ich weiß gar nicht sind wir jetzt in diesem äh sultan ne ne wie heißt denn das örtchen das örtchen thomas ich glaub ne der will uns hinhalten ja auf jeden hab ich so ein Gefühl naja auf jeden also wir sind glaub ich ziemlich nah bei airfield Johnny Johnny ich bring ihn jetzt um alter glaub ich ich hab hier mal einen fahrrad gefunden weißt du warum ich glaub ihn nämlich nicht ja aber das bringt ja nix wenn jetzt die freunde gleich kommen wir müssen abhauen wir müssen abhauen wir müssen einfach abhauen so naja jedenfalls äh wenn wir weiter ziehen ähm ich weiß noch nicht genau wohin ich glaub ja zu 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 wie heißt das ist das Johnny sultan ja sultan sultan werden wir hin wir werden da noch ein bisschen die Gegend unsicher machen guck mal wie nah der kommt ja man irgendwie ist der mini ganz respekt naja dann viel spaß nach Jungs jaja danke tschau trau dem nicht ne guck mal wie der uns mal hinterher guckt man ne man guck dir den an der ist rattig ohne mit der ist richtig rattig guck dir den an lass mal weg gehen hier ja auf jeden spiel weil ich dort eh nicht mehr bleiben gib mir die Sachen ein gleich woanders ja ja komm wir gehen hier irgendwo runter oder so am besten da wo uns keine Schweine sieht guck mal hier hier ist doch gut wo hier am baum siehst du mich hier hier bist du wo hinter dir hinter dir da macht licht aus genau so Johnny ähm g so was brauchst du denn ich kann dir ne pistole geben mit sieben Schuss wenn mir das was bringt ja ähm hier ich dropp die pistole jetzt müsste Magazin mit drin sein du müssen du alter ich stehe doch genau vor dir liegt nix andersrum hier lang geradeaus jetzt hier alter hier bin ich ich hier unten weiter warte hier guck mal guck mal hier guck mal da da ist die Waffe guck da die schwebt bei mir alter ja 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 nimm sie so die ist aber geladen schon ne ich glaube ja oder guck mal ich kann das nicht sehen alter ob die geladen ist oder nicht na hast du secondary ja ja dann musst du rechts auf der seite gucken auf 9mm pistole ne ist kein Magazin dran ja denn hier warte hier ich droppe jetzt oder ist doch habe ich es ten around ne da ist auch noch das auch noch was hier irgendwo genau vor dir irgendwo warte ich sehe es selber nicht muss das da hier vorne hier vorne musst du runter gucken ja ich habe es ok jetzt habe ich zwei magazine dafür einmal 10 einmal 7 glaube ich ne einmal 7 einmal 5 ja sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut und johnny ich habe nur noch zwei schusse meiner shotgun durch die Aktion eben gerade ok mies ähm brauchst du warte mal brauchst du noch essen trinken irgendwas ich habe sehr viel ok ja ich habe nichts ok ja dann komm her hier ich droppe alles hier vor dir gönn dir auf jeden fall hier johnny so reicht es ja mehr hast du nicht fallen lassen ne warte hier vorne guck mal hier 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 unten ja da unten ja so den Rest habe ich aufgekommen ja reicht passt alles ne ja sehr gut müsste eigentlich reichen oder ja wenn du noch irgendwas brauchst doch bescheid ne was ist das denn guck mal mein rucksack anleiter guck mal wie der hab ich voll abgezogen siehst den rucksack der ist voll dick ne ja voll riesig hab ich mich gefreut so lass mal am besten über die Brücke abhauen naja aufpassen alter so jetzt äh ich glaube wir gehen zur Stadt wo wir noch nie waren richtig ja wo haben wir es eigentlich jetzt im server weißt du das nicht woran kann man das sehen ich weiß es nicht ich meine ich habe es nur irgendwo gesehen ok ich war ja heute in einem anderen server ne weißt ja ne mhm und der Tornado da also ich glaube wenn man wenn man unter dem Tornado lang geht ist man wirklich down ja ja würde ich würde ich sogar sagen ok dass man dann sofort down ist weil der hat alles weg gemäht alter das sah richtig geil aus so warte mal hier ist voll die kreuzung beschreibt eine area hallo ja ich sehe Pavel ich sehe Pavel keine ahnung wer das ist ist mir auch egal wir wollen zu Dings warte mal was ist da da hier gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein Cine Park ist da was ist da hinten da ist links ist Cine Park also da wo du gerade bist ok guck mal was da ist ich habe nur ne Schotti alter also du musst Distanzangriffe auf jeden Fall machen falls jemand kommt da Cine Park Woodhaven ja wir wollen nach Woodhaven oder ja lass mal nach Woodhaven komm lass gerade aus komm warte mal ich stecke ich stecke meine meine Wumme mal noch weg ja er folgt uns auch keiner ich glaube nicht ich glaube auch nicht ich glaube auch nicht da hinten steht noch ein Schild da hinten steht noch ein Schild aber echt ich wollte auf dich Tricks in der Action am Anfang ja krass ne ja schön heftig fand ich cool vor allem ähm habe ich dem Typen gerade wirklich nicht geglaubt ne ne wir haben viele schlechte Erfahrungen gemacht auch mit anderen Spielen Survival Games und so ne ist glaube ich gut dass wir sowas haben so Angst vor Leuten also Respekt Gehörigen also mir kam es bei denen so vor als wenn wir uns nur hin halten wollten ja ich glaube auch ich glaube das war sein Kumpel du den ich da abgeschossen hab ja und der andere der wollte jetzt bestimmt wieder kommen sag mir mal warum der gerade da in den Laden von uns reinkommt ähm obwohl ich den anderen da getötet habe oder ja schon komisch ne ja aber der Freund der muss aber auch pissig gewesen sein ich meine der kommt zu mir an und sagt nix weißt du ist doch normal dass ich in der schieße ja normal das ist mein zweiter Kill toll ob ich darauf stolz sein kann Alter irgendwie wird es bei mir immer dunkler man es ist sehr dunkel ja du hast recht aber wir müssen ja so unterwegs gehen sonst kommen wir ja nie irgendwo an ja ja wir müssen leider und was steht da auf dem Schild richtig ja man Sultan und Woodhaven rechts ok toll jetzt gehen wir wirklich zuerst nach Sultan so wie ich das den Typen gesagt habe oh mein Gott ja ich glaube wir müssten gleich durch nach Woodhaven oh Gott jetzt ist es extrem dunkel ja oh extrem weißt du was ich unbedingt noch sehen würde in dem Game warte was kannst du das essen oh ja ich auch hast du ist ne gute Idee so boah ja cool ich habe auch noch ein bisschen Munition für so andere Waffen aber die behalte ich erstmal noch ne mhm bis du die Waffe gefunden hast dann gebe ich die natürlich ab Alter was ist da hinten ist das ein Schild oder was ist das oh das ist jetzt der linke da hinten ja was ist das weiß ich nicht riesen Schild das ist ein Eingangsschild wahrscheinlich ein Ortseingang sind wir ein Sultan ne hieß noch nicht Sultan lass mal hier hinten lang da ist was ja ich komme das ist ein Lagerfeuer oder so oha da vorne ne ja ja hier ok ich zieh die Waffe Sicherheitshalber zieh du auch ja ab besser ist hier was drin denn Leute wie soll man denn da kann man gar nicht schreien ne ne kann man nicht Bullshit hier ich bin weg hier das ist ein Zaun alter da du bist auf der anderen Seite geil vielleicht will in den Zaun noch gehen alter du bist voll eingesperrt was ist denn das hier alter geil kommst raus ja ich bin draußen bis draußen ich weiß gar nicht wo die Straße war hier vorne hier vorne ist es wir werden uns später auch denke ich mal eine Base bauen war ja aber ich weiß noch nicht wo erstmal gehen wir alles erkunden und ein paar Leute umbringen für mich wirklich geiler erst mal der Weg ist aber auch weit ne der hat es in sich lange ist noch da ja ja der hat es wirklich in sich das ist voll die Weltreise gerade ich hoffe dass es auch schnell tag wird ja ja weißt du wovor ich Angst habe in dem Spiel Game obwohl ich es wirklich noch nie gesehen habe was denn also Autos wenn die kommen und dann überfahren das dauert Arschpark oder soll ja auch schon Wolfsherden geben ne echt ja Horden so von denen cool stand zumindest an den Patches wenigstens einer der sich das durchliest ja also ich habe ich muss aber sagen ich habe noch nie einen Wolf gesehen hier ne ich auch nicht da vorne geht es da ja da fängt es an oder ja ne aber eine Karte wäre hier nicht schlecht ist noch gar nichts ist nur ein Autosack so links von uns ist auch nichts ne ne was ist hier dunkel alter boah da hinten ist etwas da hinten siehst du es sowas weiß ist ne ich habe ne Tankstelle ne Tankstelle das ist ne Tankstelle wir müssen aufpassen dass wir nicht in ein Loch oder so reintreten Loch? ja wo du letztes mal reingelaufen bist wo ein Busch war da war auf einmal der Boden wechsel und dann bist du ja reingefallen ach so ey da war ich erstmal weg ey ja da vorne ist niemand glaube ich wollen wir die Tankstelle abchecken abchecken ja hier ist niemand mehr glaube ich nicht aber ich ziehe trotzdem meine Waffe sicherheit geht vor oder stimmt ich mache nicht das sieht man doch gar nicht da kommt jetzt nicht hier drüber oder alter meinte das ernst wo bist du da kommt nicht über nicht über einen so beschissenen Zaun alter mach das denn so komm alter musst doch hier rüber kommen alter meinte das ernst sprinte und springen mach ich schon die ganze Zeit mach der nicht doch bist mit heller du meinst du oh gott oh gott du ich darf zu fliegen hier was sie so abgeht hier geht nichts ab du hier geht nichts ab du hier ist hast du was ja oder hinter die drink hier irgendwie aber nichts dickes hier guck ich wieder verkehrt ja wurde wahrscheinlich gerade gelootet ne oder vorhin wäre gut wenn die jetzt abhauen wenn wir gerade ankommen weißt mhm wo warst du hinten im lager ja war nichts läuft da ja hier ist nur öl aber öl brauchen wir nicht ne wir wollen ja kein auto in gang setzen jetzt erstmal nicht was und fisch ja komm johnny dann lass weiter ist hier was hier ja mehr bin ich hast du eigentlich auch ne maske auf ja ne ja konnte jetzt im dunkeln so gar nicht erkennen so soll mal tag werden ganz ehrlich am tag ist es eigentlich viel besser man kann halt viel mehr sehen mhm aber ich glaube es wird echt heller für mich ich weiß es nicht für mich hat es nichts geändert nach vorhin war es irgendwie extrem dunkel auf einmal war krass wir könnten ja wenn wir gleich den cut machen mal kurz ausloggen nochmal gucken wie viel Uhr es ist ja genau oh jetzt wird es noch dunkler oh bei mir ist es noch dunkler geworden ich habe sogar ich habe sogar Schwierigkeiten dich zu sehen johnny das ist ein geräusch hier ist hier ein fluss ach ein fluss ja ich wollte schon sagen was ist das denn ich habe voll schreck bekommen gerade wo ja hoffentlich lohnt sich das geräne nicht ja ja boah so weit bin ich ja wirklich noch nie gerannt in diesem Spiel warte mal links links ist was johnny guck mal so eine farm oder was das 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 ist so ein dick ist so ein großes haus ne ja 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 wollen wir hier ja abgucken geh du mal ins rechte haus ich gehe ins linke ok ist das rechte auch so groß ich weiß das nicht ne rechts ist nur so eine scheiß lagerhalle ja dann kommen wir auch ins linke rein pass mal auf und im rechten sitzt nachher das overloot ja so ich bin jetzt mal nicht davon überzeugt dass hier Leute drin sind ah hier wieder das geile graffiti kennst du noch ja oh spark plugs hier am start also loot ist hier hier ist ein hoodie oh geil den hoodie konnte ich aufsetzen glaube ich ja ich mach das mal weg ich nehm den hoodie besser so der hält mich wärmer nicht könnte sein ja ich geh mal hoch denk mal jetzt mal funktional bist du in der zweiten etage ja ok dann gehe ich in die dritte dann gehen wir uns nicht an eine klöte wo ist denn hier die dritte etage gibt es überhaupt eine guck mal ja radieschen warst du nicht in so einem haus hier auf dem airport wo wir nicht aufgenommen haben und hast ne waffe gefunden ja war nur ein crossbow so kacke aber mit crossbow wurde ich schon bis zur hälfte runter geknallt der typ in der ersten folge hat auch eine crossbow glaube ich hatte ich mich doch noch erschrocken weißt du ja karotte ernst aber sonst relativ scheiße hier sackkasse auch was war das was hast du gehört was denn war das vogel oder was ist das gewesen wo bist du johnny bin noch auf zweiten stock ich geh jetzt mal raus wie da unten ok ich höre schon als wenn ich noch einer wäre man wenn du so da steppst wenn ich steppe ne ja hoffe nicht dass da hier jetzt noch einer irgendwo ist du warst du auch ganz oben ne such hier grad noch oben ab vielleicht haben wir Glück soll ich mal in die lagerhalle gehen ja geh mal geh mal geh mal such mal ab lol die kann man ganz hoch ich bin auf dem dach ja ich bin auf dem dach drauf guck gerade nach oben aber hier liegt nichts und hast du was gefunden ich kam bis jetzt noch nicht mal da rein ach da unten siehst du mich guck mal hoch ich bin jetzt im lagerhaus erstmal drin ist ja nichts kade ich habe das hier nichts ist hier ist bloß Bürokacke mehr ist hier nicht ist ja auch nur Bullshit ja ok diese Zwischenstation brauchen wir wohl nicht benutzen sie sind relativ loot rar ja ich mache nichts ja dann lass wirklich ähm nur die oh eine Soda wow ich nehme zurück hier gibt es sodas krass ey mc 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 Vielen Dank.